Das ist unsere neue Showküche aus Rüster, so heißt nämlich das Holz aus der heimischen Ulme. In den Videos der Kochworkshops mit den vielen Menschen kommt sie nicht so richtig zur Geltung. Deswegen hier nochmal ein Video nur über das schöne Holz und den schönen Granit, der übrigens in Herrenholz in der Nähe von Passau abgebaut wird. Denn heimisches Holz verlangt auch nach heimischem Granit. Mit raffinierter Technik wurde dieser so verarbeitet, dass wir auch die Türfronten daraus fetteln konnten und dass die Arbeitsplatte nur einen Zentimeter dick ist. Eigentlich dünn. Es ist auch unsere erste Küche, die eine Spezialausstattung zum Sous-Vide-Garn besitzt, nämlich den ersten Einbau-Thermalisierer, der überhaupt in eine Küche eingebaut wurde und den Einbau-Vakuumierer, der schon in vielen unserer Küchen im Einsatz ist. Beide sind hilfreiche Werkzeuge der Firma Komet für wirklich feines Essen, aber vor allem für einen zeitsparenden, abfallvermeidenden und verantwortungsvollen Umgang mit wertvollen Lebensmitteln. Ein paar andere kleine Finessen, wie die spezialbeschichteten Griffe passen zur Spülenarmatur, der Bank und den Füßen, schauen Sie sich am besten bei uns in Untergrumbach im Original an. Wir sind gerne für Sie da. Ach ja, wenn Sie zufällig an einer Wand mindestens 4,20 Meter Platz haben und der Raum auch sonst nicht allzu klein ist, könnten wir gerne mal überlegen, ob sie bei Ihnen reinpasst. Im Jahr 2018 könnten Sie sie dann günstig übernehmen, dann bekommen wir wieder eine neue. Bis bald! Mmh! Vielen Dank.